Willkommen zu einem neuen Webflow Tutorial. Mein Name ist Jonas Arletz und heute bauen wir eine Drei-Spalten-Scroll-Animation. Gesehen habe ich das Ganze auf dieser Seite. Die haben sowieso ein paar interessante Animationen mit dabei. Kann sich gerne mal durch scrollen und der Bereich fängt dann genau hier an. Und ich finde, es ist ein Element, was man sehr gut bei vielen verschiedenen Projekten einsetzen könnte. Die haben jetzt im Anschluss die Bilder hier noch durchgeslidet. Kann man im Prinzip dann auch machen. Vielleicht drei, vier nochmal durchsliden thematisch. Ganz nett, dass man hier auch die Namen mit gehighlighted hat. Falls du tief in Webflow einsteigen willst, schau dir gerne mal meinen Webflow Online Kurs an. Den habe ich komplett überarbeitet und du findest den verlinkt in der Videobeschreibung. In Webflow selber habe ich das Ganze mal in eine eigene Sektion gepackt. Du kannst also, wenn du dir das Projekt kostenlos klonst in dein Webflow Dashboard, einfach diese Sektion rauskopieren und dann die Bilder ersetzen, Texte ersetzen und du bist fertig. Und ich habe jetzt hier mal ein bisschen Dummy-Content integriert, weil ich würde empfehlen, dass du diese Animation einfach innerhalb von der Seite irgendwo mit integrierst und nicht ganz am Anfang. Und das heißt, in der Sektion haben wir einmal Column-Scroll-Wrapper und Column-Scroll-Content. Das heißt, der Text-Content unten kannst du beliebig dann erweitern und die Bilder sind in dem oberen Teil. Und der obere Teil, Column-Scroll-Wrapper, der definiert auch die Länge, wie lange die Scroll-Animation überhaupt sein soll. Und dafür geben wir eine feste Höhe ein. Ich schätze jetzt einfach mal mit 350 VH. Das heißt, 3,5 Mal so lang, wie das Browser-Fenster hoch ist, werden wir scrollen. Du siehst es, schwarz, schwarz, schwarz und dann würde der Content kommen. Es könnte ein bisschen zu lang sein, aber wir haben auch einiges, was wir hier hin und her schieben. Dann haben wir hier den Column-Scroll-Sticky und wie du im Namen schon hörst, der soll also jetzt sticky mit scrollen, oben kleben bleiben. Und wir stellen den mal auf Position sticky und dann müssen wir einen Wert oben definieren, ab wann er denn sticky sein soll und bei uns 0. Also direkt ganz oben am Browser-Fenster. Und wenn ich jetzt scrolle, siehst du auch hier am Scroll-Balken, dass er quasi die ganze Zeit im Viewport mit scrollt, bis jetzt gleich dieser Bereich vorbei ist mit den 300 VH und der Content danach kommt. So, und das passt erst mal, aber er soll natürlich auch die ganze Zeit oder die Bilder sollen ja die ganze Zeit auch die volle Höhe füllen. Das heißt, diesen Sticky, dieses Element, müssen wir auch mal 100 VH stellen. Und das hat er jetzt mit der blauen Linie hier schon gemacht. Nur der Inhalt hier innen drin füllt nicht automatisch die volle Höhe. Das heißt, hier innen drin, das muss sich auch nochmal verschachteln, da kommen wir jetzt gleich zu, das stellen wir auch mal auf 100%. Das heißt, der füllt immer die Höhe aus, die auch der hier vorgibt. Das passt. Hier machen wir noch als Breite 100% mit rein. Hier drin sind im Prinzip die drei Elemente, die wir auch nebeneinander positionieren mit Display Flexbox. Und hier musst du sonst nichts einstellen. Das heißt, sonst wären die ja natürlich untereinander und mit Flex kriegen wir die nebeneinander. Wenn wir jetzt mit Flexbox arbeiten und hier eine Breite definieren, also 100%, wollen wir ja gleich in der Scroll-Animation das so machen, dass wir den Wert von diesem Sticky Inner hier verändern. Er soll also weniger werden und gleichzeitig sollen die Bilder innen drin aber eine feste Breite haben und die sollen so übereinander gesteckt werden. Und der Grund ist, dass wir eben hier mit Position Absolut arbeiten müssen. Das heißt, jedes von diesen Items hier bekommt jetzt mal eine feste Breite mitgeliefert. Und zwar können wir hier eine Formel eingeben, 100 durch 3. Und wenn wir jetzt Prozent machen, das bringt uns nichts, weil prozentual gesehen wäre jetzt 33% von 80 oder hier von 50 natürlich schmaler, also weniger wie von 100. Und wir brauchen also einen Wert, der nicht jetzt prozentual sich an einem Rapper orientiert, sondern am Browserfenster oder halt einfach einen festen Wert hat. Und wir wollen ja immer die komplette Breite füllen. Das heißt, wir können ja einfach mal auf VW das auch einstellen, dass wir uns jetzt wirklich am Browserfenster orientieren. Und in der Höhe können wir die auch zur Sicherheit einfach mal auf 100% noch mal stellen. Und innen drin haben wir dann die Bilder, die letztendlich immer auf 100% Breite, Höhe und dann Fit Cover eingestellt sind. Wenn wir jetzt mit Position Absolut arbeiten und ich diesem einen Element hier, ich habe denen hier zwei hier schon Combo-Classes gegeben, aber noch nichts eingestellt. Also das erste Element, jeder hat diese Klasse, das können wir jetzt mal auf Position Absolut stellen und dann linksbündig hier auf der linken Seite platzieren. Und jetzt siehst du schon, dass das natürlich jetzt alle drei machen. Und wie kriegen wir das jetzt hin, dass der Mittlere eben in die Mitte kommt und einer nach auf die rechte Seite? Eigentlich ganz einfach. Die haben jetzt ein Combo-Class und der hier soll jetzt in die Mitte, also der ist auch Absolut, passt. Und du kriegst ein Element Absolut in die Mitte, dass du rechts nicht Auto machst, sondern auch Null. Oben kann er aber auf Auto sein. Und also rechts und links Null und dann hier auf, wie heißt das eigentlich, Center Element ist eigentlich einfach nur Margin, Rechts, Links, Auto. Und dann ist er immer in der Mitte. Und trotzdem hat er genau diese Breite. Also wir wollen ja ein Nahtes Ergebnis hinbekommen, wie wir es gerade eigentlich schon automatisch hatten mit Flexbox. Und das letzte Element ist drei, also Column, Stroll, Item ist Free, Combo-Class, ist dann einfach, können wir einfach auf der rechten Seite hier positionieren. Und wenn wir jetzt diesen Wert hier verändern, an dem sollen sie sich ja orientieren, ja, ich kann den jetzt hier mal auf Position Relativ zum Beispiel stellen, dann siehst du, dass die Bilder hier die Breite behalten, aber trotzdem sich verschieben. Wir haben also genau diesen Stagging-Effekt. So, jetzt ist nur das Problem, dass wir das auf die rechte Seite haben wollen. Wie kriegen wir das also hin? Am besten, dass wir den Sticky Inner nicht auf Relativ stellen, sondern auch auf Absolut und dann einfach auch auf die rechte Seite. Und wenn wir jetzt eben prozentual das verändern und genau das machen wir nachher in der Animation, von 100 gehen wir dann auf die, du wirst jetzt denken, 0, ist aber falsch. Wir gehen auch genau auf die 33,33 VW. Das ist nachher unsere Endposition und von hier gehen wir dann auf die 100. Wir können auch hier mit VW arbeiten. Und das ist im Prinzip der Trick, wie wir das Ganze machen. Vom Stagging her haben wir jetzt noch das Problem, dass links, das soll ganz oben sein, da könnten wir auch den natürlichen Fluss, den Content-Fluss nehmen und die Hierarchie hier, dass er die respektiert. Das heißt, wir verschieben die einfach nochmal und es geht ja immer von oben nach unten. Also das ist über dem, das ist über dem und dann müssen wir gar nicht mit einem Z-Index arbeiten. Und wenn wir das jetzt umstellen, ja genau, dann macht er das trotzdem richtig schön. Toll. So, dann lass uns mal noch den Content hier positionieren. Ich habe mal einen roten Border noch um unseren Trigger gemacht, den wir nachher als Trigger nehmen. Also hier hört im Prinzip dieser obere Bilder-Scroll-Bereich auf. Bevor der aufhört, wollen wir ja auch den Text noch reinanimieren lassen. Das soll in der gleichen Scroll-Animation nachher eingestellt werden. Das heißt, dieser Bereich hier unten, der Content, der soll eigentlich dann da oben noch mit rein, ohne dass er jetzt gerade da drin ist. Und das können wir erreichen, indem wir erstmal sagen wir mal, der soll auch auf jeden Fall 100 VH füllen. Das heißt, wir müssen hier nicht mit einer festen Höhe arbeiten, sondern machen wir mal Minimumhöhe. Das heißt, er darf höher, also größer werden, aber soll mindestens auch einmal so groß sein wie die komplette Höhe vom Browserfenster. und dann könnten wir eigentlich mit einem Minus 100 VH den hier oben reinbekommen. Das heißt, du siehst die rote Linie, die ist immer noch da und hier hört der Trigger auf, aber dann haben wir schon unseren Text reinanimiert. Und dann würde danach Content eben ganz normal wieder kommen können und wir haben uns das ein bisschen reingemogelt, indem wir eben Minus Margin genommen haben und dadurch, dass wir hier immer sehr gut mit der kompletten Höhe auch bei den Bildern arbeiten, kann man das immer ziemlich leicht positionieren in diese Bereiche. Das heißt, dieser Scroll Content Wrapper ist momentan auch die ganze Breite hier gefüllt. Das brauchen wir im Prinzip auch nicht. Wir brauchen ja die komplette Breite minus den Teil nur. Das heißt, wir können hier 66,66 auch VW eingeben. Da sind wir ungefähr bis hier, haben ein bisschen Padding noch rechts. Wir können den nicht anklicken hier. Das heißt, dieser Scroll Bereich hier, diese Bilder sind noch über dem. Das heißt, der Content hier müsste noch auf Relativ gesetzt werden mit einem Z-Index, sodass der einfach über dem Content liegt. Und diese Titel sollen ja auch nacheinander reinkommen. Das heißt, nicht als einer. Deswegen habe ich die jetzt hier nochmal gesplittet. Und dann ist das eigentlich ziemlich einfach, dass man hier einfach ein Overflow Hidden Div nochmal drum setzt. Das hat Overflow Hidden eingestellt. Und wenn wir jetzt das hier verschieben würden, das mache ich jetzt mal hier mit Margin Negativ, dann siehst du, dann wird das so abgeschnitten. Und das ist ja nachher der Effekt, den wir eigentlich haben wollen. Und das Ganze machen wir jetzt hier einfach nochmal. Das heißt, hier drin soll dann der zweite Titel oder die zweite Zeile rein. Damit wir die einzelnen aber hoch kommen lassen können, so ein bisschen leicht versetzt, müssen wir auch hier nochmal mit Combo-Klassen arbeiten. Das heißt, die ist S1 und hier können wir Combo-Class S2 einstellen. Als Trigger für die Animation nehmen wir, wie gesagt, diesen Scroll Wrapper hier, der 350 VH eingestellt hat, gehen auf Interactions, machen Plus, While Scrolling in View. Und das ist ja auf jeden Fall eine Animation, die auf Desktop jetzt oder für Desktop gemacht ist. Auf dem Smartphone untereinander bringt es eigentlich jetzt nichts. Und dann machen wir hier Play Scroll Animation, machen eine neue. Ich nenne sie mal 3 Column Image Scroll Animation. Und jetzt fangen wir an, eigentlich erstmal das zu resetten, was ich hier im Designer positioniert habe. Der Grund, warum ich im Designer das jetzt auf die rechte Spalte hole, ist, dass man halt hier im Prinzip auch noch ein bisschen weiter arbeiten kann. Ja, man sieht jetzt hier den Content und die Bilder im Prinzip jetzt nicht alle. Das heißt, wir könnten hier mit Absicht so ein bisschen das so machen, dass man die Bilder hier halt auch noch ersetzen kann und verstellen kann und das so ein bisschen sieht. Im Prinzip können wir dann in der Animation das so einstellen, dass das natürlich nicht der Default-Zustand ist. Weil alles, was wir in der Animation eingeben, überschreibt das, was wir im Designer hier eingeben. Das ist nochmal wichtig auch zu verstehen. Das heißt, hier können wir jetzt diesen Sticky Inner nehmen und einmal im Size umstellen, einmal auf die 100 VW. Er fängt ja also an mit 100% Breite, 100% Höhe und von den Einheiten her sollte man schauen, dass man hier gleich bleibt, um kein Hakeln zu haben. Und wir gehen dann auf die 33.33 VW und in der Höhe bleiben wir ja bei 100%. Das heißt, das ist erstmal unsere, sag ich mal, unser Reset, damit wir auf jeden Fall, siehst du hier, in der Breite starten. Und jetzt soll aber natürlich das hier nicht von Anfang an passieren, dieses schmaler werden. Das soll ja eigentlich erst später passieren. Und das heißt, wir bleiben so lange auf den 100%, sag ich mal, bis vielleicht 55, also so ein bisschen nach der Hälfte, machen wir so Hälfte, Hälfte, ja, Hälfte nach rechts geschoben werden und Hälfte sollen die Bilder erstmal reinkommen. Und erst jetzt, äh, ne, erst jetzt fängt er an, das rüberzuschieben. Okay, könnte sogar ein bisschen zu spät sein. Ist eigentlich auch nicht schlecht, dass jetzt hier so ein bisschen als Trigger sich anzuschauen. Aber vielleicht sieht es auch ganz cool aus. Kommt mir gerade, wenn wir hier den Text einfach dann darüber kommen lassen. Aber auf jeden Fall wäre das hier auch etwas, was früher schon stattfinden muss. Also das Endstadium kann man hier am grünen Indikator ganz gut sehen, wo das sein soll. Und da schiebe ich mir das Ganze jetzt hier hin. Und da soll das im Prinzip dann schon sein. Aber dass vielleicht so ein leichter Überschnitt hier vom Bild und Text noch da ist. Und das ist sozusagen jetzt das, wie wir es ja auch brauchen, der Default-Zustand, volle Breite. Dann haben wir vor den Items, glaube ich, jetzt überall die Combo-Klassen. Hier ist 3, ist 2, ist 1. Also ist 1 habe ich auch noch mit eingegeben, dass wir jetzt alle eindeutige Klassen haben, die wir einzeln jetzt hochschieben können. Das heißt, von der Nullposition machen wir ein Move und dann in der Y-Achse 100% runter. Warum 100%? Das heißt, einfach 100% die komplette Höhe, die er hat, einmal nach unten geschoben werden. Und das Gleiche sollen natürlich erstmal alle machen. Change Target, der zweite auch. Duplicate, Change Target, der dritte auch. Und jetzt hat es hier schon Ausrufezeichen. Das heißt, Webflow warnt uns, wir haben hier keinen Status, wo wir eigentlich hinwollen. Und ich mache das jetzt mal mit Absicht hier auf die 45, dass wir es nochmal getrennt haben. Aber jetzt wollen wir im Prinzip alle ja wieder auf die Nullposition bringen, während dem Scrollen, während dem das Ganze im Viewport scrollt. Und was jetzt passiert ist, dass natürlich die, das alle, das fällt eigentlich gar nicht auf, die kommen jetzt einfach hier rein und das machen sie alle gleichzeitig. Und es soll ein leichter Versatz sein. Das ist aber kein Problem, weil wir im Prinzip ja jetzt den ersten hier, wo ist der erste? Hier ist 1. Den machen wir jetzt mal auf den 1%, damit wir hier uns davon, dass wir es ein bisschen besser erkennen können. Und den zweiten, den lassen wir jetzt einfach mal später starten. Sagen wir mal bei 10% und den dritten dann bei 20, dann haben wir mal so ein 10% dazwischen. Schauen wir das mal an. So, und jetzt sieht man auch, dass die mit so einem leichten Treppchen-Effekt hier jetzt reinkommen, aber gleichzeitig eben enden. Und hier merke ich schon an dem Andocken, dass so eine leichte Pause ist. Kann man mögen, ich mag es jetzt hier an der Stelle nicht. Das liegt daran, dass dieses Sizing sich nicht direkt bei 45 auch ändert. Ja, dass das 1% später war. Und jetzt müsste der, sobald er oben ankommt, direkt zack rüber gehen. Ja, so ist super. Das sieht mega aus. Gehen wir rein, wählen den Titel aus. Hier kurz danach. Auch ein Move. Da können wir eigentlich auch die 100% wählen. Das heißt, er soll sich komplett von der Höhe einmal nach unten schieben. Duplicate, Change Target. Auch das hier wählen. Und die zwei duplizieren bei 100%, wäre dann, wenn der Trigger eigentlich aufhört. Das heißt, wir müssen jetzt auch früher aufhören. Mal gucken, ob das jetzt zu schnell ist. Aber wir haben jetzt hier im Prinzip dann auf Nullposition und das hier ein paar später auf die Nullposition. Und es scrollt jetzt und jetzt kommen die halt rein. Ja, das ist natürlich viel zu spät. Ich habe die Position von dem Move und dem Text noch ein bisschen gefeintuned, aber so finde ich, passt das für mich ganz gut. Kommt also hoch und vor allem kommen sie auch gleichzeitig hoch und hören auch gleichzeitig dann bei 70% auf oder sind dann angekommen. Und zum gleichen Zeitpunkt machen wir dann eben das Opacity einfach von dem Rest. Also wenn du da auch noch andere Sachen reinmachst, finde ich, wenn ich es jetzt mal ganz langsam mache, sieht es ganz cool aus. Also hast du mal zwei Sachen mit drin, wie du es machen kannst. Du kannst es auch mit Overflow hinten verstecken, hinter einem Diff oder eben einfach mit Opacity reinfahren. Finde ich, sieht auch nice aus. Und dann die Bilder habe ich jetzt auch so getimt, dass wirklich das Sizing hier auf die 33 VW genau on point geht, sobald im Prinzip der Trigger hier unten, deswegen ist es ganz gut, wenn du so einen roten Border dir außenrum machst. Sobald der aufhört, das ist hier zack bei 78 und genau da hat er auch den Punkt erreicht. Vom Ergebnis her auf jeden Fall so ein bisschen anders als das, was ich mir da auf der Website in der Vorlage angeschaut habe. Bei der anderen Website war es ja so, dass die das wirklich so gemacht haben, dass der Text hier sich einmal im linken Bereich einfach auch wahrscheinlich dort sticky ist und dann da drin bleibt. Passt auch zu dem, was sie jetzt hier fahren, natürlich dann ganz gut. Ich finde es manchmal ganz angenehm, wenn wir quasi Sachen animieren, aber das Scrollverhalten nicht wirklich die ganze Zeit manipulieren. Und da finde ich das ganz toll, wie das hier mit dem Content jetzt reinkommt.